Hey, meine Rabauken! Heute spielen wir den Kriegssimulator des Geistes zu Roblox Simulator Game. Aktuell mit dabei, Sebrou. Hi! Wir haben erst... Wow, Alter, was hast denn du da? Ja? Hier. Wir haben keine Haare erstens und überdimensionale Jacken. Es gibt verschiedene historische Ereignisse wie Weltkrieg 1, Weltkrieg 2, Ölkriege, moderne Zeit und so weiter. Da kann man hier auch zu reisen. Man kann auch zurück, Alter, Mittelalter, Steinzeit. Dazu braucht man aber Geld. Das haben wir natürlich nicht. 35 Millionen, ja, Moin for Future. Man kann Missionen annehmen von unseren 15 im Nahkampf. Okay, machen wir easy, gar kein Problem. Man kann bessere Waffen kaufen und bessere Rüstung, damit man mehr aushält. Okay, gut. Dann gehen wir mal in den Nahkampf über und holen uns die ersten Orb for Rose, die wir fertig machen, Alter. Damit wir direkt uns die Belohnung für die Quest abholen können. Die muss ja eigentlich heftig sein, weil 14 ist schon... Problem ist, die greifen einen auch an. Die greifen einen auch an. Also ich weiß noch nicht, wie gut die sind. Wo sieht man seine Energie? Überm Kopf. Siehst du das nicht? Nö. So ein grüner Balken, der dann niedriger wird. Nö. Aber ich wohne endlich. Ja, nice. Ach, deine eigene HP. Ja, natürlich die eigene. Ach so, ich dachte von den Troops. Ero, staub mir die da nicht ab. Okay, sorry. Ey. Hülter. Hä? Ich kann eine neue Waffe kaufen. Ich kriege die Kills gar nicht. Ey, ich glaube, du hast keine eigene HP. Also ich weiß nicht. Man, das ist unsterblich, sagst du. Ja. Aber uns haben wir dann die Rüstung, weil das hält nicht unsterblich. Ich kann noch eine neue kaufen. Alter. Mann, die klauen mir alle. Ero, haben wir ab. Oh, das ist heftiger. Okay, nee, die kann ich noch nicht killen. Die sind zu krass. Das ist der letzte. Oh Gott. Nice. Wir haben alle geschafft. Jetzt will ich aber, ich musste so viele Leute killen. Jetzt muss ich aber hier eine sehr fette Belohnung kassieren, Alter. Ich glaube, du kriegst die direkt, oder? Oder musst du die abholen? Dann war die nicht fett. Ich habe 4100. Ist das krass? Ja, das ist viel. Doch nicht. Reward 250. Ja, nochmal die gleiche Quest. So, wir können kaufen. Ein Officer-Schwert. Okay, und Range. Range ist, glaube ich, geiler, oder? 500, 750.000. Boah. Okay, wir müssen durchkaufen, damit wir alle kriegen. Zack, zack. Nice, die können wir auch leisten. Nice. Nur die letzte fehlt uns. Okay. Guck mal, meine Waffe. Guck mal, mich an, wie ich auch sehe. Alter, siehst du, du hast die West-Rodiform auch, ne? Ja. Es ist zwar dumm, ich habe dafür gerade 1500 ausgegeben. Aber ich glaube, die bringt ja an sich nichts. Doch, die bringt safe was. Sonst würde es die doch nicht geben, oder? Ja, aber ich habe nicht gesehen, dass ich irgendwo Schaden bekommen habe. Oh Gott, die schießt doch langsam. Da muss man genau aim. Kill confirmed. Okay. Kann ich auch zoomen? Ah, ich kann zoomen. Oha. Okay, das ist heftig. Nice. Bam. 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 210 Damage. Bam. 214. Bam. Bam. Oh Gott, Alter. Not Erdender. Wie viel Geld habe ich? Oh, ich habe wieder schön viel Geld. Nice. Das steht plus 1000. Ah ja, okay, das war die Quest dann wahrscheinlich. Kann sein. Ich würde sagen, wir holen uns mal. Ey. Ich will mal ein anderes Zeitalter kaufen. Mit 11.000 auf dem Konto können wir uns jetzt wirklich 2 kaufen. Zack. Ah ja. Hier gibt es auch eine weitere Mission. Ah, die mache ich, glaube ich. Belohnung 3.200. Na, die mache ich vielleicht doch. So. Kann ich mir hier direkt eine Waffe auch... Ah, hier. Okay. Nee, Rüstung wollen wir nicht. Wir wollen eine Range-Waffe wollen wir hier. Ah, die können wir erst kaufen, wenn wir alle aus dem davor haben. Mhm. Du musst alles durchkaufen. Aber ist die dann auch besser als... Also ist die schlechteste aus World War 2 besser als die beste aus World War 1? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich glaube, das ist einfach so aufsteigend. Die ganze Zeit. Meinst du? Aber das eine ist eine Pistole und das andere ist so ein fettes Maschinengewehr. Weiß ich nicht. Stehen da keine Damage-Sachen dran? Say, bist das nicht besser, Alter? Du hast halt keine andere Wahl. Du musst halt durchkaufen. Ja, ja, aber ich nehme einfach trotzdem die Hände oder so weiter. Oh, man kriegt hier Schaden jetzt in der Dimension. Ich bin gelb, orange. Könnte man auch sagen. Boah, ich bin schon ziemlich low. Oh, mein Gott. Boah, ich bin... Oh, mein Gott, ich muss respawnen. Ich bin tot. Ja. Scheiße, Alter. Ei, die machen ja voll viel Damage. Ei. Ei. Ich habe null Infanterie-MPCs, warum null? Oh, Mann. Ja. Okay. Range. Ich brauche Arme. Definitiv. Oh, ja, stimmt. Rüstung. Klug, klug, klug. Ja. Wir waren hier. 750. Kaufen wir, definitiv. Bang. Und die kostet... Hä, ich wollte mir die nächste auch kaufen. Die kostet... 1500, okay. Ja. Ja, jetzt haben wir schon auf jeden Fall eine bessere Rüstung. Und ich glaube auch eine bessere Waffe. Lass mal... Er snipet. Okay, let's go. 106. Ist die gut? Ja, doch, ich glaube, die ist schon stark. Die macht so viel Damage wie die Sniper, die wir hatten, aber kann halt voll schnell schießen. Und ich glaube, das ist... Evo, lass zusammen vor. Irgendwer hat den, glaube ich, gerade One-Hit gekillt. Ne, ich habe mit auf den geschossen. Achso. Ah. Ich muss auf den Kopf gehen, das macht viel mehr Damage. Okay. Ich kann manchmal die Spieler von den anderen hier nicht unterscheiden. Ja, ja, wegen der Rüstung. Nice. Aber ich habe Infanterie, die müssen da weiter drinnen sein, weil ich habe immer noch null. Ja. Nehm dir, Evo. Oder du musst halt alleine killen, ohne dass irgendwer anderes draufschießt. Heavy Gunner? Ne, das sind andere jetzt. Ja, das ist ein Heavy Gunner. Infanterie, doch. Ich muss aber Elite... Ne, guck mal, das muss... Da sind die Elite Infanterie. Achso. Elite bei dir. Ich habe einen von 13. Alter, Slack-Undel, kann das sein? Wollen wir reingehen? Slack-Undel. Aber bei mir lecken es gerade gar nicht so viel. Da die lecken mega rum, die Türen. Achso, die Leute, ja. Die, die... Die heavy Gunner machen Stress. Wollen wir zum Boss? Ja, bin drin. Ah, der respawnt, glaube ich, noch. Hier, guck mal, Elite-Dinge sind hier drin. Ist das der Boss? Das ist der Spieler. Ja. Jo, der rastet ja komplett. Ja, der war schon eine heftige Rüstung, Alter. Ich geh das mal an. Ja. Da ist er. Da. Wieder. Auf ihn, den Atzen. Und down. Du hast ja 2.300 für den bekommen. Was? Das ist aber nicht viel, Alter. Das ist nur. Ja, hier schießen aber auch 20 Leute gleichzeitig auf den. Lass da mit auf ihn. Oh, oh. Jetzt kriege ich fett Cash. Ich habe eine 8.000er-Kombo. Ich kann Katana kaufen. Ja, moin. Oh, ja, moin. Alter, wie viel die ganze Kohl ich habe? Läuft bei dir, warte. Ich gucke. Ich habe 1,20 K, Alter. Boah. Ich schieße einfach durch, Mann. Bam, bam. 12.000er-Kombo. Ich kann Ranged Armor kaufen. Wo ist der nächste? Let's go. Jetzt ist der Leader wieder da. Schön, dass der Leader auch in der halben Sekunden ist. Ich bin Schreck, schreibt er. Er sieht halt von real aus. Mann, ich denke mal, das sind Spieler, NPCs. Die sehen sich so ähnlich. Ja. So, wir gehen jetzt direkt auf 30.000. Schön wieder beim Leader hier. Und kaufen uns dann den nächsten Krieg, würde ich mal sagen. Ja. Ja. Ich hoffe, den nächsten Krieg. Man kriegt halt so schnell 30.000 zusammen. Wenn ich die Quest habe, habe ich es eh zusammen. Hier ist der Elite, das ist der 12. Wenn ich den mal treffen würde. Mein Slack, Bro, Spiel. Habe ich den jetzt gekillt? Keine Ahnung. Alter, das ist so am Lack. Ich habe die Quest. Und wir haben 32.000. Dann gehen wir zurück zum Shop, Alter. Wie viel hat Eru? 200. Hey. Okay, 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 okay. Wir nehmen wieder die Mission an. Auch wenn die jetzt... Also die sind halt jetzt nicht so heftig, ne? Von der Kohle, die jemand da kriegt, aber... Warte mal, man kann die... Ah, Guerilla-NPCs. 18.000 gibt die Quest jetzt schon. Ja, ja, ja. Da ist einer. Ist das einer? Nie die Guerilla. Nee, das ist kein Norm. Ah, das ist nicht. Boah, das scheppert so heftig hier, Evo. Das lohnt sich mega. Oh, ich brauche die Dimension. Oh, das Wasser sieht nice aus. Da sind auch welche, die fighten gegen den anderen. Ich gehe aber mal weiter. Wir wollen ja später gegen die Wertförderen kämpfen. Die geben natürlich auch mehr Cash. Also eben, ich wusste, die sind Guerilla-Elite. Das sind die... Das sind jetzt die... Die normalen. Das andere waren die Nahkampf. Das sind jetzt die normalen. Wir gehen weiter. Das sind... Auch wieder so Nahkampf. Und da ist das Dorf. Okay, let's go. Hier müssen jetzt die wirklichen... Was ist das denn? Was ist das denn? Oder diese Negi-Gauss? Gargulia-Sniper? Ja. Was? Das sind ja auch Sniper. Okay, 15.000. Da ist der Nächste. Guck mal, wie viel Geld. Ich habe jetzt schon wieder 40.000. Das lohnt sich. Nicht zu mir. Ey. Wieso kriegt der keinen Schaden? Oh, ich kann eine AK kaufen. Du bist der Nächste. Fertig gemacht, Atze. Wir gucken, was der... Was ist das hier? Ah, das ist eine Elite-Heimer. Alter, ich mache 1.000 Damage pro Shot, ne? Oha. Wie machst du? Äh... 38. Ah, hier habe ich jetzt... 38? Ja, 42, 38, 16. Das ist der Anführer, der versteckt sich hinter den anderen. Ich kriege auch voll wenig Schaden, die Rüstungsschein. Oh, wahrscheinlich wenig, oder? Oh, ich bin tot. Mann, da war ein Nahkampf von hinten. Der habe ich nicht gesehen, Alter. Egal, ich habe 98.000. Ich muss 15 Nahkämpfer killen, aber die werden die ganze Zeit abgestaubt. Ja, die Quests sind irgendwie, weiß ich auch nicht. So, wir kaufen weiter durch. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Panzergeschütz. Boom. Oh, jetzt hat mir jetzt 400 fehlen, bro. Wir verdienen kurz. Jetzt sollten wir genug haben, damit ich mir die AK kaufen kann. Nee, oder? Wie teuer war es nochmal? Ah ja. Easy. Nice. Ah ja. So. Okay, let's go weiter. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt auf 350.000. Dann können wir in das nächste Gebiet. Das ist eine Kombo nach meinem Geschmack, Alter. Ich schieße den Guerilla-Anführer. Anführer, ja. Anführer, ja, moin. Schieße ich ab, Alter. Ich habe eine Hunderttausender-Kombo. Das Krass ist auch, die sind ja normalerweise dann tot halt irgendwann, ne? Aber wenn es leckt, kannst du die einfach weiter abschießen, weil die nicht irgendwann bezahlt werden. Oha. Lecker. Ja, aber wo ist denn der Typ jetzt hier? Wir sollen mal wieder spawnen. Wir sind aber noch zwei andere Spieler, Alter. Die sind genauso, wie ich. Ey, er spawnt nicht. Ich habe eine Hunde. Was ist mit meiner Kombo? Da ist er. Nice, 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 nice. Oha, Alter. Der gibt so viel Cash. Ey, er hat mich One-Shot gekillt, Alter. Och, man hätte ja nicht warten können, bis ich 350.000 zusammen hatte, die Arschkarte. Mann. Oh, Mann, ey. Was kaufe ich mir jetzt? Jetzt kaufe ich mir eine Waffe. Ich laufe ja nicht umsonst da nochmal hin. Nee, bessere Rüstungssafe. Ja, Rüstung ist ziemlich wichtig. Ich habe immer noch die aus dem ersten da. Hier, World War 2. Boom. Ja, die sind auch schön günstig, Alter. Ey, Wurst. Kurven. Moinsen. Moinsen. Ich habe immer noch nicht die nächste Dimension. Werde, Evo, Leute. 22.000 Sätze drin. Lächerlich. Ey. Was ist denn das für Atzen? Go. Ich muss ja beim Umdenken dann bald schnell eine neue Waffe kaufen. Oh Gott. Der wird stresst. Boom. Defender, das sind die Nächsten. Oh, die halten schon sehr viel aus. Oh, die kann ich kaputt machen. Nee, ist doch, oder? Nee, ist noch ein Effekt. Scheiße, die kann ich gar nicht fester kaputt machen. Okay. Oha, Alter. Ich habe eine 180.000er-Kombo. Oha. Und jetzt die Nächsten da hinten. Ich kriege... Oh, ich will unbedingt so den Boss. Palastwachen. Keine Dessert. Oh Gott, mir rennen ganz schön viele in der Hälfte gerade. Und die halten aber was aus, Mann. Auf die klopfe ich ja 200 Jahre, Alter. 500.000. Neuer Rekord. Oh. Alter, das ist noch nicht mal der Boss. So, ab zum Boss. Da ist er. Der Warlord. Hey. Palace Guard. Die können mich killen. Ich brauche besser Rüstung. Er muss denn jetzt der Warlord? Hat er. Boah, ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Ich verlieh so viel Cash Rebo. Ja, läuft bei dir. 800 K. Was? Boah. Ihr nehmt mal schön mit, die extra Moneten. Alter, wie viel kriege ich pro Treffer? Und ich schieße so schnell. Tsch. Ey. Bin ich erster von der Kohle her? Ne, 23 Millionen hat der ein OH. Aber der ist auch schon der Model, Alter. So, das bin ich noch nicht. Erfolg frei gestaltet, eine Million. Nice. Okay. 1,1 Millionen. Ich muss mir gleich, ich kann mir gleich so viel nice and stuff kaufen. Kannst du mal gucken, wie teuer die... Ich bin jetzt bei Ölwar. Kannst du mal gucken, wie teuer das nächste ist? Ja, ich kann gucken. Ich weiß aber nicht, ob mir das angezeigt wird, wenn ich da nicht dort bin. Was? Ich schaue mal, ich bin jetzt gleich da. Wollt ihr leben noch? Kann mir jetzt das holen für 30.000? Nice, Leo. Nach 40 Minuten. Soll ich mal gucken, wie lang ich für 30.000 brauche? Warte. Und go. Zack. 3,5 Millionen kostet Modeln. Das ist scheiße teuer. Ja. Ja, 3,5 ist zu heftig, Leute. Wir holen uns mal noch eine bessere Waffe. Ich meine, immer diese Meldung weg damit. Äh, Upgrades. So. Dragunov. M60. Okay, wir machen weiter. Desert Igel. Ich brauche irgendwas mit Dauerfeuer. Hier, das ist eine geile Dauerfeuerwaffe. Aber die ist ja arschteuer. Ja, nee, dann... Die ist, glaube ich, auch Dauerfeuer, oder? Lass mal gucken. Ja. Okay, die ist auch nice, die ist auch nice, die ist auch nice, die ist auch nice. Okay. Für 400.000 können wir uns des Weiteren natürlich auch noch eine neue Rüstung kaufen. Na, wo ist die? Wo sind meine Haare, Alter? Äh, und die. Ja, das sieht fresh aus. Und jetzt noch ein Auftrag, wenn wir eh schon mal hier sind. 140.000. Was? Ja, das ist aber nicht viel eigentlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, für 14 Kills, Evo. Ja, die ist viel stärker. Ich mach... Ach so, das war ein Spieler. Nach doppeltem Schaden, Alter. Wir haben die neue Dimension, die moderne, plus die neue Waffe. Und definitiv ist hier auch eine neue Rüstung fällig. So, kann ich mir noch eine zweite Rüstung sogar kaufen? Wartet mal. Aha, eine Million. Wow, die sieht heftig aus. Verkauf sie doch bitte auch. Ah, danke. Oh yeah, Mann, Alter. Ich seh krass aus. So, neue Waffe, neues Gebiet, neue Rüstung. Let's go. Nice. Also, ich häng hier noch mit 10.000. Das ist ein komisches Gewisier, Alter. Das geht mir. Bro. Ciao. Einfach mal wieder 700.000 verdienen. Ah, mhm, 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 mhm. Ungefähr so viel wie Evo verdient das, seit wir das Spiel. Ne, ich hab nicht mal so viel. Ich hab nicht mal 100.000 insgesamt verdienen, glaube ich. Nein. Du würdest ja die Dimension in der Woche nicht schaffen. Ja. Wie viel Damage machst du pro Hit? Äh, unterschiedlich. Aber wenn ich so einen Headshot mache, immer noch zwischen 30 und 40. Du machst 40 Damage bei einem Headshot? Ja, 38, 36, 49. Ja, 49 ist Maximum. Muss mein Headshot geben. Ich mach 2400 bei Headshot. Was? Ich muss auch sagen, ich hab jetzt eine Waffe, mit der ich halt schneller schießen kann. Und die ein bisschen mehr Ammo hat. Deswegen mach ich wahrscheinlich weniger Damage. Ja, das ist schon krass wenig. Ja. Und das mach ich falsch. So, jetzt müssen wir Geld sparen, Leute. Jetzt müssen wir Geld sparen für die Future, für die Zukunft. Und wir haben 35 Millionen. Ja. Die Future. Ich will mal die Future-Waffen auch haben. Aber ich kann auch vorstellen, dass sie so teuer sind. Boah, die sind schon ultra teuer. Ja, und was ist das jetzt aber mit dem... Hier sind immer so Storys, aber die können wir uns die ganzen Krise dann durchlesen. Aber was ist mit dem, ähm, mit dem, mit den anderen Gebieten, die es da noch gibt? Weiß ich nicht. Musst du erstmal die anderen alle durchgemacht haben? Ja, anscheinend muss man Rebirthen dafür oder so, weil die kosten auch nur 400 und ich kann die, ich kann die nicht kaufen. Okay, wir kaufen uns jetzt die Future erstmal. Jawohl. So, und jetzt haben wir ja eigentlich direkt auch genug... Da sind Raumschiffe, Alter. Jetzt haben wir ja eigentlich auch direkt genug für diese anderen Dimensionen. Ich kaufe die... Geht das jetzt? Musst du alle Waffen gekauft haben oder so? Ja, anscheinend muss man Rebirthen oder so. Ah, man kann hier Rebirthen. Ah, so kann man die freischalten. Wie viel kostet das? Äh, 800 Millionen. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich glaube for real. Ich meine, ich habe eine Quest für 9 Millionen. Ja, aber 800 Millionen sind immer was anderes als 9. Nee, ich denke nicht, Ego. Okay. Was sind das für moderne Waffen? Lass mal gucken. Laserwaffen. Wir wollen uns jetzt aber noch den Endgegner hier anschauen. Wie viel Kohle gibt denn das? Okay, ein normaler Space Soldier, der ganz normale gilt. 1,6 Millionen. Wow, wenn du sagst, diese sind verkehrt. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit den Waffen. Ich will mir natürlich jetzt keine Waffe kaufen. Ich meine, ja. Ich habe jetzt 4,5 Millionen. Okay, da kann ich mir natürlich auch ein bisschen was kaufen. Aber ich will jetzt keine Waffe haben, wo ich nicht Dauerfeuern kann. Weil das ist übel so ruppig, Alter. Wenn man so Sniper, da muss man voll aimen und so gar keine Waffe. Ich lass mal gucken. Was kann ich mir für 5,1 Millionen Schönes kaufen? Äh, ja, ja. Okay, das wären dann... Ja, da wäre ich halt... Ja, das geht auch klar. Jetzt habe ich die beste Waffe aus dem Öl-War. Den Heimer hier. Die schießt halt sau schnell. Oh, meine ist so schlecht. Macht 2300 Damage bei einer Normalen-Hit. Ja, wahrscheinlich. Und die schießt so krank schnell. Ich könnte dir nicht mal sagen, so schnell die schießt. Also noch viel schneller, Alter. Ich muss gar nicht schnell gehen. Was? Lilane, Royal Guards. Okay. Und da hinten ist der Overlord. Alter, ich mach denen ja wirklich gar keinen Schaden. Der Balken bewegt sich einen Millimeter nur. Aber ich fällde ihn krank schnell. Geh, vielleicht Headshot. Oh ja, das sind jetzt gute Headshots gerade. 12 Millionen, 13 Millionen, 13,5 Millionen. Ich war bei der Bank. Und jetzt können wir uns hier aber richtig schön durchkaufen, Alter. Mein Geld liegt gefühlt gar nicht runter. Ich will nämlich mal schon auch... Boah, seht ihr die Rüstung? Ich will nämlich diese Future-Waffen mal ausprobieren. Kann ich mir die stärkste kaufen? Okay, wir kaufen weiter. Laser Shotgun. Laser Sniper. Disruptor Rifle. Die zweitbeste Waffe im Spiel jetzt. Cyborg Armor. Ja, moin, Alter. Was? Wir haben die zweitbeste Waffe im Spiel. Okay. Die schießt krank schnell. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich treffe noch nicht. Also treffe ich nicht. Oh? Ah, doch. 62. Oha, Alter. Ah, man kann... Hä? Ah, man darf nicht gedrückt halten. Sonst trifft man nicht. Okay. Okay, ich bin gerade von 2000 Damage auf 50.000. Was? Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Flankt den Like-Button und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.